Ich bin Thomas Bergner, ich arbeite jetzt seit etwas länger als einem Jahr hier bei Stockmayr. Das Gesamtpaket, zum einen die Routine, was man täglich macht, die tägliche Arbeit und zum anderen aber auch die ganzen Sachen, wenn was Unvorhergesehenes passiert oder die ganzen Zusatzaufgaben aus Entwicklung und Musterfertigung. Also, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meinem Arbeitsplatz, wo wir momentan auch ein bisschen dran sind, ist, dass die Digitalisierung ein bisschen vorangetrieben wird, also ein bisschen Abbau von Papierwirtschaft. Das ist schwer zu sagen, es sind viele Aufgaben, führt man individuell durch, allerdings ist das gesamte Team ebenso wichtig im Team. Ich habe es jetzt einfach mal individuelle Teamarbeit genannt. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017